Ich muss dann nachher unbedingt die Gamma-Werte hochstellen von dem Spiel. Das wird zau dunkel, wenn ich das nachher rindere. Was hat jemand der gesagt hat? Ich schluck mal eine, ne? Ich gönn mir. Ah, man, da ist nichts. You're stuck in here. You're stuck in here. Jetzt geht's wieder los. Kommen wir jetzt wieder irgendwo hin, wo man... Oder... Das Spiel hat kein Ende. Doch, es hat ein Ende. Es gibt kein Spiel, das kein Ende hat. Also es gibt bestimmt ein Spiel, das kein Ende hat, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht... Dass das kein Ende hat. Und es geht immer weiter runter. Es ist natürlich vertrauenswürdig, wenn es immer runter geht. Es ist natürlich schön... ...zu wissen. Okay, sehr liebte wohl... Seine alte... Das ist natürlich vertrauenswürdig, wenn es immer runter geht. Der Doktor hat uns die beiden einen Räumen und ich habe ihn bekommen. Er sagte, dass wir ein Spiel werden. Ich mag es. Aufstehen, da war ein Mann named Jackson. Jackson war IT. Der Doktor sagte, dass wir die Räumen aufstehen und die Räumen auf Jackson und dann hätte er nicht mehr sein können. Ich war ein bisschen stolz von Jackson. Ich wollte ihn sein. Vielleicht nächste Woche. Der Doktor sagte, dass ich nicht so stolz sein, was andere Menschen haben. Er sagt, dass wir alle bekommen, was wir im Endeffekt haben. Vielleicht wird Jackson mit mir spielen, wenn es mein Geil sein wird. Schöne gesehen. Ja. Alter. Ja, ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Gut. Ich habe eine genommen. Was bist du für ein Auto? Hast du schön gesehen? Hast du schön gesehen? Hast du dich gesehen? Ich weiß ja nicht. Nee, ich habe doch eine gerade dahinter. Fertig aber. Ich weiß doch nicht. Ich nehme mal eine. Es kühlt langsam wohl und die Tabletten nicht mehr. jetzt. Warum? Warum jetzt? Und warum vor uns? Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Links. Da rein. Oh Scheiße. Ich habe elf Tabletten, oder? 22. Elf Tabletten. Scheiße, das heißt? Ich weiß es nicht, was das heißt. Wir haben über zehn Tabletten verloren. Und wo sind wir jetzt? Da steht wieder der König. Wir haben den König. Wir haben den König hingelegt. Wir brauchen mehr. Um da mitzuspielen. Der neue Subjekt hat besser testet, als erwartet. Er toleriert die Schmerzen, weil er nicht sich um zu bemerken, wie viel wir ihn verhörten. Vielleicht hat er seit langem, bevor er wirklich geboren wurde. Okay. Ups. Stop the water. Start the fire. The man who's eight now is at 1180 Washburn Hill. Da waren wir vorhin auch. Mhm. Stop the water. Start the fire. Up to the fourth floor we go. We get to ride the elevator. We get to ride it all the way up to the fourth floor. But the doctor says we only get to go for the elevator ride if we've stopped the water. Stop the water. Start the fire. Okay. Das ist wohl irgend so eine Parole gewesen, die der beigebracht hat. Hat das Viech uns umbringen müssen? Weil jetzt sind wir wo ganz anders. Oh. Ich weiß es nicht. Du hast aber den König immer nicht hingelegt. Doch. Der König liegt doch. Hier hinten. Ach. Jetzt fehlt es praktisch noch was fehlt. Ein Bauer? Hm. Es fehlen ein Bauer. Einen Turm. Einen Turm. Turm. Ja. Die Königin, ein Pferd, ein Turm und ein Bauer fehlen noch. Ich glaube wir müssen eine suchen. Ich gehe davon aus. Oha. Aber ich glaube die finden wir jetzt so nach und nach. Irgendwie. Spritze. Ach ne Spritze. Wo lag deine Maus? Wo? Boden. Nein. 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 Wir waren da vorhin schonmal. Ich gehe gerne an Orte zweimal. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir hier schonmal fahren. Natürlich. Gibt doch das Bild an der Wind. Achso. Meinst du ganz vorhin? Links, links, links. Zurück. Da haben wir da liegt der Typ. Was? Das Bild an der Wind. Also ich kann mich daran jetzt nicht mehr erinnern. Echt? Ne. Doch, aber wir sind von der Seite gekommen, gell? Meiner war. Ja, natürlich war schonmal. Ja. 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 Nichts, da konnte ich den Obviously nicht nehmen. Hm. Mh. Ein Bauer. Bauer Jenkins. Nein. Mh. Ich glaub, das Viech kommt immer kurz nachdem, der es uns erwischt hat. Vielleicht, weil es dann weiß, wo wir sind, weißt du? Ich hab aber keine Ahnung, ob ich richtig lieg. Wahrscheinlich nicht. Schatz mal. Musik wieder, la la. War da offen? Ne. Da war er offen? Ne. Ich bin noch zurück. Natürlich, steilt es schon wieder eine Mauer. Haben wir irgendeinen, der die relativ schnell zimmert immer? Ja, lauf doch mal zurück. Wohin? Ja, da, wo ich hin bin. Ich geb die Figur ab. Ja, da... Da schreit! Da schreit! Klaufe! Nein, 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 nein! Nein! Das war's. Ja, er hat nicht getroffen! Wir schaffen's, wir schaffen's, wir schaffen's! Ich vertrau mir! Ich hab's ja eben gerieben. Errungenschaft freigeschaltet, Underdog. Was immer Underdog ist. Boah, ich komm auf das Viech nicht klar, Alter. Ich weiß nicht, wie man das verjagen können. Mit Taschenlampe. Hä? Glaubst du? Oh, da werden wir dann auch mal fünf... Batterien, ja, das wird auch immer weniger. Hier. Ich weiß gar nicht, ob ich den... Ding jetzt abgegeben hab. Alter, das Viech ist richtig schnell und... Vielleicht wieder die Stole! Ja, aber... Das... Das bringt ja nichts. Ich kann die Pistole nicht ausrüsten. Okay. Wow, die Tür da jetzt aber aufgerissen, Alter. Wie geil. 44er Bizeps. So was möglich. Ich versteh das nicht. Ich komm grad irgendwie auf das Spiel nicht so wirklich klar. Mensch Mutti, ey. Mensch Mutti. Oh yeah! Oh nein! Wieder 25, Alter! Hä? Nice! Was? Wie Musik wird lauter? Wie über die Musik lauter geworden? Wurde? Kamer. Ich war Spacken hinter uns oder Fohls auf einmal. Collectibles. Oder auch nicht. Gut. Oh yeah! Hm. Hm. Turm. Turm. Stop the water. Start the fire. Krasser Scheiße. Alles klar. Nicht schlecht. Ich will nur die Türen überprüfen, weißt? Vielleicht finden wir irgendwo noch Medizin. Ich fühl mich jetzt grad schon wieder ein bisschen sicherer, weil du... Ach, wo hast du denn noch? Wird er 25 Medizin? Nein. Der hängt. Lass ihn hängen. Mir ist das rechts, oder? Ja, da kannst du halt weiter. Ich kann dir nicht weiter. Hier ist alles zu. Deswegen ja. Du kannst doch die Figur hinlegen. Ja. Allerdings. Fuck. Ich muss an dem vorbei. Ich hab gar keine andere Wirklichkeit. Hm. Ja. Ich muss an ihm vorbei. Nice. consistently... Oh, Alter. Alter Alter. Der ist umgedreht! Dieser Wichser! Alter, der mich jetzt erschreckt! Alter. Ich benutze jetzt die Dachlampe, auf jeden Fall. Hier ist offen... Fuck, 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 fuck. Die müssen weg nochmal. Shit. Nein! Ich komme hier nicht raus! Scheiße! Jetzt haben wir alle. Also wie viele fehlen uns denn noch? Eine noch. Und wie viele Mädels haben wir jetzt noch? Zwölf, okay. Ich habe ja keine Tasche. Ach. Was waren da gerade auf dem Dings? Shit, ich komme immer rein? Ach, fuck. Ich habe ja keine Tasche. Warum wird Cain kommen, um mich zu sehen? Ich spende all meine Zeit mit dem Doktor jetzt. Der Doktor ist zäglich der Liebe, die Cain und ich haben für uns. Der Doktor ist derjenige, der Cain von mir hält. Ich bin sicher davon. Ich miss Cain. Ich will ihn sehen. Okay, über die Person, die sie am Anfang so schlecht geredet hat, den Cain, sprich sie jetzt als wäre der Beste gewesen. So am Arsch ist die schon. Was ist die jetzt eigentlich gemacht? Ich habe keine Ahnung, hier im Gang. Ich bin Gottf... Da fehlt uns nur eine Figur. Oh yeah. Zack. Wir haben fünf Batterien jetzt bekommen. Ja, ja. Cool. Wir hatten ja auch vorhin, Fynn. Oh, die Musik. 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 So ist es. Oh, die Musik sind schon wieder. Oh, das sind ja immer wieder hier. Oh, das ist ja nicht. Die Psychische Regisseur hatte eine Gefahr. Sie schmerzen auf viele Störlechen, die ihn aus dem Bellen nach dem Scrotum gefickten. Ich wurde auf eine hospige Consultation zu den Präsidenten um die Amerikaner der Land der Welt. Die Union von York. Die Doktoren könnten sowas von allen Amerikanern, und der älteren Politiker, der sie alle gesehen hat, das Beste, die diese USA gefordert haben. Nein, ich kriege Stuhlfälle davon. Es ist sogar offen. Alter, mich so ein löser Mitziger zu warm.